Erfolg ist, gemeinsam mit treuen Freunden alles durchzustehen. Diesen Erfolgstyp habe ich von Musiker Mark Medlock bekommen und genau darum geht es in meinem heutigen Blogbeitrag. Wir setzen uns oft Wettbewerbern aus, ob es die Firma ist, ob es Privatpersonen sind und das sind nicht gute Freunde, das sind eher unsere Feinde. Grundsätzlich gut, denn Wettbewerb hilft uns, dass wir uns weiterentwickeln. Jedoch immer wenn wir gegen jemanden gehen, senden wir die schlechteste Energie aus, die wir haben können, denn wenn wir gegen etwas aussenden, werden wir auch gegen etwas, nämlich gegen uns zurückbekommen. Was du tun kannst, um trotzdem Wettbewerb zu haben, jedoch dieses Gegen für etwas zu drehen, wie das funktioniert, verrate ich dir jetzt in meinem Blog auf www.normen-graeter.com